Da sind wir auch schon wieder und genau, ich hatte schon eben letzte Folge erzählt, dass hier ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut wie der, 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 der mir fehlen hat, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ist so ein bisschen ähnlich aufgebaut, halt wegen den Lord Jalaxus, Malganis, da habe ich aber Twisting Nether drin, Wilfried Fizzbegin, eigentlich keine gute Kombo mit Lord Jalaxus zusammen. Ihr müsst dazusehen, dass er den vorher spielt oder gar nicht spielt oder dann nach Jalaxus, beziehungsweise nicht nach Jalaxus, sondern danach ist er eigentlich ziemlich sinnlos, insofern ist es ein bisschen, ein bisschen risky, diese Kombo. Was habe ich noch da drin? Sylvanas Reno natürlich, darauf kommt es an, dann den Anima Golem in Kombination mit dem Dreadsteed, wenn er natürlich gestillt wird, ist er weg und dann kann natürlich auch der, der, der Anima Golem gekillt werden, aber ansonsten ist die Kombo eigentlich relativ nett. Wir haben einmal Siphon Soul, einmal diesen Destroyed Sauber drin, dann Floating Watcher, ein Doomguard, ein Heilbot, ein Demon Heart zum Buffen von meinen Dämonen, was auch immer ich gerade habe, das kann sogar für eine Implosion relativ nett sein. Einmal Shadow Flame haben wir dabei, einmal Hellfire, ein Imp-Gank-Boss, ein Ice Rager, eigentlich nur für Shadow Flame, wenn ich den kriege, ist das nicht so einer, den ich unbedingt ausspielen möchte, weil er relativ leicht gekillt wird, aber der kostet halt nur drei. Shadow Flame macht ja Damage an allen in der Höhe und insofern habe ich dann für sieben Mana, habe ich ein Fünfer Deck Clear, das ist eigentlich okay. Dann haben wir noch eine Jewel Scarab, einen Dark Peddler, einen Iron Bug Owl und einen Big Game Hunter dabei, Brands Bronzebeard, um die ganzen Battle Cries von diesen kleinen auszulösen, mit Glück. Dann ein Curse of Rapharm, um die Zeit ein bisschen rauszuzögern und ein Mortal Coil, ein Power Overwhelming, den man zum Beispiel auch mit dem Ice Rager zusammenspielen kann, damit hätte man 9er A-Clear. Das sind immer drei Karten, insofern Kombo, die fast eigentlich nicht zustande kommt und ein Zombie Chao einfach am Anfang, um zu hoffen, dass man rauskommt. So, den zeigen wir auch mal. Ich finde ihn nicht so schön wie den Ice Mage mit Reno, weil ganz einfach durch das Echo kann man sich natürlich noch mehr Leben irgendwie reinpushen, das ist sehr witzig. Also sprich, ne, erst Reno legen, dann Echo von Medivh und man hat Reno nochmal auf der Hand und kann sich nochmal voll heilen. Ist eine tolle Sache. Geht hier leider nicht, aber... Hier gehen ein paar andere Dinge. Und zwar, dass man nämlich nicht in Probleme kommt. Man muss relativ wenig Card-Drom mit dem Hexer drin haben, weil man hat ja seine eigene Heldenfertigkeit. Wird viel interessanter beim Spire-Deck, wenn man die Karten Half-X in Reihenfolge bekommt. Was auch sehr witzig sein kann mit dem Warlock. Gut, das ist super. Es sei denn, er spielt jetzt noch ein Mech. Ist immer noch super. Schauen wir uns mal, was wir für eine Karte kriegen. Flying Machine finde ich ziemlich mies. Tauren Warrior ist auch ziemlich mies. Also, der Questing Adventurer, aus dem kann schon eine ganze Menge werden. Klar, man kann den stillen und so weiter, aber es ist eine Dreierkarte, die vielleicht irgendwann gestillt werden muss. Und das wiederum ist schon ein Vorteil. Also, wenn man ein paar kleine Karten damit rausspielen kann, durchaus eine nette Karte. Auch für einen Zoolog, aber ich hab den, glaub ich, gar nicht drin in dem Zoolog-Deck, was ich da habe. Ist eh auch wieder nur so eine Face-Sache. Wo ich schon gesagt habe, dass es nicht meins ist. So, was kriegen wir? Wir kriegen einen Dreadseed. Den können wir gleich mal spielen, obwohl wir den nicht brauchen. Wäre eigentlich netter gewesen, hätten wir irgendwas Sinnigeres gekriegt. Mech-Dudu, pfff, geht auch. Aber der hat halt nicht so schöne Karten, die damit irgendwie kombinierbar sind. Klar, der hat seine Mech-Katze, aber die finde ich jetzt auch nicht berauschend, wenn ich ehrlich bin. Probier mal das mal so, aber er könnte natürlich jetzt swipen mit viel. Würden aber trotzdem noch zwei stehen bleiben. Wie schon gesagt, im Constructed, was wir hier spielen, das könnte ich auch noch erwähnen, ist es vielleicht nicht so wichtig, unbedingt die Deck-Control zu behalten, wenn man da irgendwie was gegen tun kann. Wenn ihr Arena spielt, würde ich euch raten, seht zu, dass ihr nur Karten mit ins Deck nehmt, die wirklich euch eine gute Deck-Control erlauben. So, was machen wir jetzt? Ich denke, wir spielen diese Kombination hier. Das ist immer noch leider eine super Situation für den Swipe. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt Karten abwerfen, das ist super. Ah, also Mech-Doodo sehe ich echt nicht oft. Wir schauen mal, was wir kriegen. Ach, guck mal, das ist doch nett. Wir können ja auch eigentlich wirklich alles killen dann. Dann können wir nochmal schauen, was wir kriegen. Das hätte ich anders regeln können, ich... Auch wenn es nicht das Weiseste ist, was ich jetzt tue, weil eigentlich sollte man den nur... Das sag ich von vornherein, normalerweise sollte man den wirklich nur ausspielen, wenn man... Ähm... Wenn man, ähm... Wirklich auch irgendwas damit casten kann, äh... Aber mir geht's darum, ich will jetzt wirklich noch gucken, ob ich ne Karte kriege. Also, ich wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, aber gut. Jetzt hat er erstmal sein Problem damit, aber ich, ähm... Hätte gern noch Reno, das wäre super. Dann hätte ich so ein bisschen Absicherung, weil... Ich sag's mal so, ab 9 Mana könnt ihr damit rechnen, dass euch ein Dodo 14 Damage reinhaut. Äh... Halt mit der Trend-Kombo und dem Ansturm, aber... Also, diesem... Diesem Buff... Wildes Gebrüll ist das, glaube ich, wildes Gebrüll ist das, glaube ich, äh... Ähm... Hätte schlimmer kommen können, ist es furchtbar nett von ihm, dass er wirklich jetzt hier gerade um die Deck-Control kämpft. Und, äh, das hätte er nicht wirklich machen sollen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er mir jetzt facet, ähm... Das wäre wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung von ihm gewesen. Na gut. Äh, das ist auch ein bisschen... Also, da müsst ihr vielleicht mal drauf achten. Ähm... Vor allem bei dem RNG von, ähm... Von, äh... Bestimmten Zauberkarten, also die, die RNG-abhängig sind. Genauso wie... Wie, 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 wie... Äh... Was haben wir denn? Der Shami hat doch so eine, so eine Zweier-Karte, die drei bis sechs Damage macht. Und zwar, wir haben ja gerade gesehen, äh, der, der, der Goblin kann zwei bis vier Damage machen. Er hat jetzt Minimum gemacht, weil anscheinend ich jedenfalls, äh, noch eine Möglichkeit hatte, mit, äh... Mit einem, ähm... Dreadsteed den zu killen. Wäre eine, eine Interpretation der Geschichte, die gerade gelaufen ist, so. Ähm... Und wie sich vielleicht RNG entscheidet. Außerdem sind wir eh im Vorteil, also... Müsste man mal schauen. Aber wie schon gesagt, ich weiß eh nicht, was, was im Endeffekt seine Kill-Combat dann ist. Oh, den Curse-Behälter. Macht mir auch keinen Putt. Sehr nett. Ähm... Da hätte ich ihm empfohlen, dass er vielleicht mir einen kaputt macht, damit ich nicht direkt irgendwie, ähm... Zum Beispiel mit den drei, den killen kann. Aber mir fehlt echt, äh... Ein bisschen Heilung. Ja, ich... Auch Bran-Brown-Speed habe ich jetzt einfach so rausgespielt, damit ich vielleicht die Deck-Control behalte. Oder... Übrigens sehr gefährlich mit dem Doom-Guard. Da müsst ihr aufpassen, dass er den nie spielt. Nie, 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 ne? Battle-Cry ist das und, äh... Ja, er ist fast leer. Ja, gut. Ähm... Damit haben wir ein bisschen Sicherung. Aber wie schon gesagt, ich weiß nicht, was der für eine Kill-Combo hat. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Aber, äh... Aber, äh... Ich will Deck-Lear haben, damit ich... Im Zweifelsfall kann ich mich wieder auf 15 Leben setzen. Ähm... Jetzt mit Taurissan kann ich das sogar auf so 15 Leben setzen und, äh... Ein dickes Elementar rufen. Kann auch, äh... Erst ihn wegmachen und dann Taurissan. Ich bezweifle, dass er die Trent-Combo als Kill hat. Ab jetzt. Der hätte ich auch vorher mit dem angreifen können. Aber gut, ein Damage wird jetzt nicht über den Sieg oder die Niederlage entscheiden. Wie schon gesagt, ich hab ein bisschen panikt, dass er mich jetzt, äh... Dass er die Kombo doch drin hat. Aber irgendwie passt die eigentlich auch nicht in das Deck da so richtig rein. Wie ihr seht, auch ohne Reno Jackson können wir mit diesem Mix-Deck eigentlich relativ lange noch durchhalten. Ähm, ich werde jetzt, äh... Mal, ähm... Mich wieder heilen. Einfach auf Nummer sicher gehen. Nächste Runde kann ich mich dann auch noch Inwohl machen, äh... Das sollte ihm dann, äh, den Rest geben. Ach, er ist so süß. Ähm... Oh, damit man das einmal sieht. Alles fett gedruckt immer. Auch wenn man mich jetzt für einen Troll hält, ich mach das einfach nur, damit man mal sieht, was der... Was der Jalaxus alles so von sich gibt. Ist total witzig, der Typ. Jetzt können wir uns sogar, äh... Heilen. Ähm, warte mal. Äh, das Problem ist, jetzt hat man nur 15 Leben, also mehr als 15, äh, kann man nicht heilen. Insofern, ähm... Können wir jetzt auch einfach Feierabend machen, dann schmeiße ich jetzt zwar ein paar gute Karten weg, aber wie wird das jetzt? So. Auch ein ganz, äh, witziges Deck, wie ich finde, aber, ähm... Da Rino rauszukriegen, äh, äh, muss man, muss man halt sehen, dass man das vielleicht, äh, vor, vor Jalaxus macht, damit man da auch noch wirklich die vollen Lebensenergie, äh, ausnutzt. Ähm, gut. Das dazu, äh, nächstes Mal Zudeck. Bis denn, adios.